Wenn die Variation des Schulterstandes ist, Beine in Grätschi zu bringen, dann wieder zusammen und sich noch mehr nach oben auszurichten. Du kannst versuchen, die Beine nach hinten zu beugen und Richtung Boden ziehen, wenn es gelingt, den Fuß auf dem Boden aufzustellen. Das ist optional, mach diese Variante nur dann, wenn du die sicher fühlst. Das ist die Variante. Vielen Dank.